hallo ihr lieben willkommen zur spiegelbild tour wir befinden uns in karlsruhe das hier ist ein teil meines backstage bereich hier ja es wird noch entschieden mit blazer ohne mal gucken ich nehme euch mal ein bisschen mit ein guter guter teil der band julian andy ganz talentierte leute das ist der nächste mal so wie schön das sehe ich selber auch zum ersten mal so was ihr hier seht wahnsinnsbühne so sie sind die teils auch hier das riesenbild seine idee joe am flachzeug schön anproben will ich auch gar nicht groß stören die jungs auch sehr fleißig und bei uns los ich freue mich